Gehen wir mal weg von mir. Ah, du triffst mich die ganze Zeit auf deinem Fuß, Alter. Okay, tschüss. Ey, mach das ja nicht klatsch. Okay. Was? Ja, aber übertreib mich. Ja, okay. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Pablo ist das eigentlich wieder zurück und ihr wartet schon die ganze Zeit drauf. Ich warte auch schon die ganze Zeit drauf. Ich habe so viele Sachen bestellt bei Fashion Nova. Was laberst du? Du hast es doch gar nicht da bestellt. Du sagst, das ist immer falsch. Ich habe ein Pretty Little Thing bestellt. Genau da. Ich habe die ganze Zeit gewartet, bis Pablo wieder da ist, weil wir wollten ein Video drehen, er wertet meine Outfits. Das sind so chillige Sachen, das sind so Sachen zum rausgehen, das sind so Sachen für eigentlich mehr so Sommer auch. Aber wir gehen ja bald nach Dubai. Ein Outfit ist so richtig Dubai-Vibes, finde ich. Echt jetzt. Aber ich glaube, das wirst du nicht so feiern. Echt jetzt? Ja. Wieso? Egal. Ja, du wirst sehen. Ich bin gespannt, worauf ich mich eingelassen habe. Bewertest du so nach Schulnoten oder von 1 bis 10? Äh. Schulnoten. Ja, Schulnoten. Und wir schieben ihn jetzt ein bisschen weiter nach hinten. Oh, das ist lustig. Ich weiß nicht, ob er so die Sachen feiern hat, die ich bestellt habe. Soll ich mich dahin stellen, dann sieht man mich. Man muss sich zum Beispiel auf die andere Seite laufen. Aber das ist nicht meine Schokoladen-Seite. Ja, okay. Das war ein Chiller. Ja, aber was mache ich jetzt, wenn du nicht da bist? Aber beeil dich bitte ein bisschen. Weil ernst, kein Bock jetzt hier, einfach so während dem Auto sitzen, Alter. Nee, das ist so. Warte, wie viel Outfit sind es ungefähr? Oder wie viele Teile? Ich brauche vielleicht manchmal ein bisschen. Ja, aber wir betreiben nicht. Ja, okay. Tschüss. Ciao, wie die Kakaunen. Das ist perfect. Bam. Äh, entschuldige mich, wenn ich vielleicht ein bisschen krank klinge. Heute ist Samstag. Ich bin vor zwei Tagen nur zurückgekommen aus Argentinien. Und ihr kennt es ja, so lange Reisen, Flugzeug, Klima. Ja, okay. Keine Jokzeige, nicht so. Aber egal. Bringt mir nichts. Bringt euch nichts. I don't give a fuck, man. What the fuck? Alter, ich wollte schon immer mal so, wie heißt es, Softboxen. Da mal so reinschauen. Verschickt. Einfach Smaller, Alter. Hey, die sieht irgendwie voll cool aus. Ich fühle mich wie ein Profi. Ich wollte immer mal mit einem Profi arbeiten. Bist du schon fertig? Bist du bereit? Warte. Du musst immer abklopfen ab jetzt, okay? Okay. Du musst wieder... Warte, du musst noch weg gucken, okay? Oh, ja, okay. Guck weg und dann mach Augen zu. Soll ich dann auf den... Oh, ich bin so überrascht, dass du das jetzt... Ja, mach Augen zu. Ich drehe mich einfach weg und dann drehe ich mich auch, okay. Sind Augen zu? Ja, Augen sind zu. Mach Augen zu, ey. Ja, die sind zu. Darf ich mich umdrehen oder... Nee, warte. Okay, guck. Kann ich mich jetzt umdrehen? Ja. Ja, hast du... Aber nur die Hose ist neu. Ja, ich hab... Ich hab kein Fass, das Ding auf die Hose. Ah, okay. So Bratlerhose. Ja, du machst es nicht so, gell? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hey, ich feier die sind so hart. Ich find die so geil. Also das... Ich find das ist das übelsteste Dubai-Outfit. Also das Muster sieht schon cool aus. Das ist so Schlangenmuster. Ja, Mann, das Muster kommt cool. Ich weiß allgemein nicht, was so von diesen... Ich weiß auch nicht. In diesem Radlogger. Also ich fand die für richtig hässlich. Aber ich finde das, wenn man das so... Ich weiß nicht, ich find das voll geil. Aber warte, was ist das für ein Täschchen? Was ist das in der Bauchtasche? Also... Gürteltasche. Also es kommt halt auch drauf an, was du oben anziehst. Ja, aber ich find das cool mit dem Oberteil. Du nicht? Geht. Also mit dem Oberteil finde ich es jetzt nicht so geil. Weil irgendwie finde ich, es passt nicht so richtig. Ja, ich weiß nicht wieso. Echt, es passt voll. Ah, du tritt nicht jetzt auf dein Kuh. Außer der Fleck hier. Du musst den Fleck wegdenken. Und was, wenn es bauchfrei wäre? So bis hier? Das ist halt ein Body. Hm, Body. Aber ich find die Farbe voll geil. Das passt voll mit den Farben. Ja, du hast die Farben sind cool. Und die Farben stehen nicht aus. Ja, doch. Das kommt schon cool. Hm, Schulnoten hast du gesagt, ja? Ja. Warte, sag mal, Bauchtasche magst du nicht so, gell? Ich weiß nicht, also. Aber die sieht jetzt nicht so asozial aus. Das stimmt. Die ist eher so. Also ich bin so bei Bauchtaschen und ich so. Also es kommt schon ganz cool. Die Tasche, das gefällt mir. Bei der Hose bin ich mir jetzt wirklich noch nicht ganz so sicher. Also all around 2 plus. Echt? Ich sag jetzt mal. Ja, 2. Ne, gute 2. Nicht sprich. An einem guten Tag kriegst du nur 2 plus. Oh, ich find das Muster voll geil. Ja, das Muster kommt schon cool. Nächstes, was du anziehst, ist so. Ist alles neu dann, oder? Wieder so mit. Das ist alles neu. Ciao, Kakao. Mach's gut. Können die Leute, die Ciao, Kakao sagen. Geh euch mich umdrehen wieder. Ja, komm weg. Das war grad voll anstrengend, das anzuziehen mit meinen Nägeln. Ich hab's ein bisschen falsch, aber ist nicht so schlimm. Okay. Warte. Wie findest du es selber so? Ich find's eigentlich cool, aber ich, ähm, ich kann's auch mit einem Schlafanzug so verwechseln. Ich glaube, mit einer Tasche oder so. Okay. Das ist nochmal geiler. Okay. Also kannst du? Ja. Boah, ja, Mann, das ist feilig. Echt? Ja, Mann, ich schwör. Das ist feilig, echt. Ich schwör, das feilig richtig. Echt? Hier noch eine kranke Tasche. Ich schwör. Ja, Mann, ich schwör genau das. Ich schwör. Ich schwör, das feilig richtig krank. Aber das passt jetzt nicht so in den Würfel. Und ich hab's hier ein bisschen falsch geknöpft, weil... Ja, das ist ja egal. Aber das feilig richtig. Und ich schwör, ich lieb das, wenn deine Schulter hier so frei ist. Cool. Ja, ich find's auch mal cool. Ich find auch die Länge voll perfekt. Ja. Und das ist übrigens auch extra so als Kleid, das ist eigentlich... Also das ist nicht so oversized. Das ist kein Hemd. Naja. Ich schwör, das kommt echt gut. Ich lieb die Farben, wenn es so creme links ist. Die Farben stehen dir auch. Danke. Okay. Ich will mal weg von mir. Dass ich das overall nochmal anschauen kann. Mit Air Force oder so. Ach, das kommt echt geil. Ist der Gürtel aber extra? Das ist so. Nee, eigentlich nicht. Also gehört er nicht zum Ding? Nee, eigentlich nicht. Also war nicht dabei. Okay. Weißt du, was ich geil finde? Was? Ich hab so ein Gürtel da, so einen, als ich könnte nicht. Ah, ich weiß welchen. Nee, ich hab's. Deswegen ist es geil, war noch mit der Tasche. Oder findest du Thomas? Ich weiß nicht, ob es dann zu viel wäre. Aber... Und ich weiß dann nicht, weil das Ding ist, ich find so kommt es so... Kommt es so lässig mit dem Hemd, sag ich mal. Aber es sieht nicht aus dem schwarzen Zug. Aber nein, also find ich jetzt nicht. Aber wenn du es jetzt mit einem goldenen Gürtel so tragen würdest, dann find ich, dann wär's so zu... Auf Haar, ich mach auf Eleganz und so, weißt du, auf diese Schiene. Aber so find ich's cool. Okay. Wie benutzen Sie? Also ich muss sagen, ich hab wirklich nichts, wirklich so daran auszusetzen. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, so... Du weißt dann, ja. Ich sag mal eins minus. So, mit welchen Bild denn du beihaben? Ist auch fast so für dich. Okay, cool. Tschüss. Tschüss. Wo ist das scheiß Wasser? Tschüss, Fokus. Fokus, hallo? Wie geht's am Anfang? Ach, keine Ahnung, wie es geht. Schau mal, ob es fokussiert ist. Wie findest du selber? Ich find's eigentlich cool. Ich muss... Ich müsste das eigentlich mit einem anderen BH anziehen. Und ich find auch, von hinten sieht das voll geil aus, wenn ich einen richtigen BH an habe. Ist alles neu, was du anhörst? Ja. Und die Hose ist so, wenn man mit Blitz macht, dann tut es so leuchten. Oberteil finde ich nicht schlecht. Hose fühl ich gar nicht. Echt nicht? Überhaupt nicht. Aber die sitzt voll geil. Also Oberteil finde ich okay. Ich find, du hast aber bessere. Aber das ist jetzt... Aber finde ich schon ganz cool. Aber die Hose fühl ich gar nicht. Echt jetzt? Ich find die richtig cool, die Hose. Die Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Hose findet. Ich find die richtig cool. Ja, die werden jetzt eh sagen, ja, ich find die auch voll cool, nur weil du sie so auszeigst und so. Also Hose 4, sag ich mal. Oberteil 2 minus. Okay. Okay. Achso, und der Hose verstehe ich echt nicht aus. Also... Hö, die sitzt so perfekt. Ja, die sitzt cool, aber... Komm, die ist hier voll eng und hier ist so... Ich find auch nicht so, dass es wirklich zusammenpasst. Ja, ich auch nicht. Aber ich hab schon nicht was für eine Hose, ich dazu anziehen soll, dass ich die Leute gekennste. Ciao. Tschüss. Ready? Mhm. Okay. Also die Hose, ich glaub, du kennst beide schon, aber das hab ich schon ein bisschen länger bestellt und das beide auch von da. Ich glaub, ihr kennt das Oberteil auch schon, die Hose, glaub ich, nicht. Warte. Ach. Der Stoff ist cool. Also ich find, es sieht eigentlich ganz cool aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Arzt. Ich sag mal so, wenn du das mit einem schwarzen Oberteil kombinieren würdest, find ich's cooler, weil ich's so zu weiß finde. Ich hab auch genau das gleiche in schwarz. Ja, das weiß. Aber ich hab's nicht gefunden. Ähm... Ich mag die Hose irgendwie nicht so. Was für mich bei der Hose stört, die ist so ein bisschen so knitterig. Ich mag das nicht, wie die unten sitzt. Und die Hose mit hier. Und... Ich find das viel cooler, wenn die unten so richtig eng wär. Und nicht so, das ist so, das ist so nix halbes, nix ganzes so. Die Hose ist vom Gedanken ganz cool mit dem Strich an der Seite, mit dem... Also ich find, auf dem Bild oder so kann's ganz cool aussehen. Ja, das wollte ich auch ganz sagen. Auf dem Bild sieht's auch ganz cool aus, aber wenn man das jetzt so sieht... So ist... So ein bisschen... Das ist, wenn ich so ne Strich gerade auf dieses Möchte-Gern-Style eine aus denen, aber... Das ist so... Ja... Gell? Das ist so, das ist einfach nicht... Also die versucht auf Krampf so zu matchen mit ihr Outfit. Ja. Aber das ist halt einfach so komplett weiß, das ist ja auch für so ein Arzt oder so. Das war... Ich find das unten richtig eklig, wie das so einfach so... Ja. Ich weiß nicht. Okay, Nota? Ja. Also... Für das Oberteil, sag ich mal... Solide. So ne solide 2 minus. Finde ich schon cool, aber ist jetzt nicht so mein Ding. Aber es steht hier. Ich glaub, es sind noch zwei Auschwitz. Es ist ein richtiges... Also noch zwei. Jetzt ist noch zwei. Okay. Und ich glaub, es ist alles richtig ein Fail. Echt? Aber ich hab's noch nicht angenommen. Okay. Ja. Das ist okay. Back? Ja. Probierst du das Fail? Denk ich... Ja, ich weiß nicht. Also ich find's eigentlich ganz cool, aber es sieht ein bisschen aus wie so ein... Geschenk. Ja. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen... Und warte, jetzt geht das mal. Okay, da kann ich gucken. Was ist mir ein Geschenk? Hey, ich schwör... Ich weiß nicht, ob du drauf stehst oder ob du... Ob das einfach jedes Kleid heutzutage ist oder jedes Oberteil, dass einfach ein Dings keinen Ärmel hat und das andere lange Ärmel hat. Also ich hab eigentlich gar nicht so viel mit nur einem Ärmel. Ja, das weiße, das andere Dings bewusst. Ich find, dass das hier so fluchte Dings ist. Also das find ich gar nicht so schlecht, wenn das zwei Ärmel hätte. Weil das find ich irgendwie komisch. Das Muster fänd ich nicht so schlecht, wenn dieses komische Geld nicht dabei wäre. Ja, das ist scheiß da rein. Das ist so richtig gelb. Wenn es wirklich so Goldglitzer wäre. Das ist so ein bisschen Glitzer. Warte. Das weiß ich nicht. Das ist so Leoparden... Aber eigentlich das Muster find ich geil. Das Leoparden sieht ganz cool aus. Aber guck mal, das ist einfach so gelb. Das ist nicht Gold, das ist so gelb. Aber das scheiß da richtig rein. Das gelbe Scheiß rein, der... Wie findest du das Schleife hier? Finde ich gar nicht so schlecht. Also nicht verkehrt sag ich mal. Aber... Sagen wir ja. Was würdest du für eine Notidee? Also ich tendiere gerade so zu... Ja, ich weiß ja nicht wo. Sonst kann ich nicht in die Stadt gehen oder so. Richtig. Weil ich Sommerabend essen so... Ja... Aber ich würde... Ich... Ich nerv das Gelbe einfach. Aber sag mal, was würdest du für eine Note geben? Also ich hätte gesagt 3,5. Ja, ich würde auch so 3 geben. Okay, next test. Ja. Weg? Ich bin weg. Okay, also ich find's eigentlich ganz cool. Aber? Das sind zwei Teile jetzt. Ich weiß nicht, ob ich die unbedingt zusammen anziehen würde. Und ich find das glaub ich einzeln cooler. Und das ist ein bisschen ungewohnt an mir. Okay, guck. Ach. Alter, auf Lederjacke eingeliebt. Kleine ist eigentlich so, das ist so langärmlich. Also das ist kalt ist schön. Das ist ein bisschen durchsichtig, da hab ich jetzt so eine kurze Länge. Ja. Das Kleid ist echt schön, das passt ja auch gut. Und... Das ist so... Ach, und Lederjacke ist zu groß. Aber so eine kleinste Größe. Echt? Ja. Ich hab doch so eine braune Lederjacke. Weißt du welche? Ja. Sieht cool aus. Die wird geil aussehen. Also die Jacke bockt jetzt nicht so. Auch so an sich. Ich finde die gibt's schönere Lederjacke. Jacke, wenn die besser sitzen wird, dann könnte man die auch bewerten. So kann man die jetzt nicht wirklich bewerten. Das ist halt so eine... Standard. Was willst du? Das ist halt so nö. Ja. Ja. Okay. Echt inspekt. Das werde ich dann so... Okay? Ja. Tut eure Bewertungen alle in die Kommentare schreiben. Und sagt mal, ob wir öfters solche Videos drehen sollen. Mit bewerten. Was auch über lustig wäre, wenn ich immer Pablo jetzt wieder Sachen bestelle. Und du weißt nicht, was ich für dich bestellt habe. So anderen Stil. Ich weiß nur. Boah. Also das wäre echt cool. Weil ich dann neue Klamotten habe. Ja. Äh. Wenn euch das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen runter. Der Salablanca bleibt und hat uns sicher, wer für dich hart von uns geknuddelt. Und wir sehen uns... Oh ja, stimmt. Außer die Ekligen. Und wir sehen uns, wenn der Mond wieder lila ist. Ciao. Okay. Tschüss. Tschüss.